Hi Leute, herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Let's Play Star Fox Zero. Vielleicht schon die letzte Mal sehen, wie wir durchkommen. Sektor Omega ist das, glaube ich. Ich kann mich mit diesen, äh, Schriftzeichnissen aus. Tut mir leid. Tolle Kommunikation. Stürmischer Durchflug. Auf geht's. Na dann, Turbo-Geschwindigkeit. Einflug nach Venom. Hilfe. 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 Okay. Konzentration. Keine Fehler jetzt. Ja, keine Fehler ist gut gesagt. Könnt mich alle mal. Okay. Okay, Problem. Okay. Okay, okay, okay. Nicht einfach. Gar nicht einfach. Alles andere als einfach. Aber vom Schwierigkeitsgrad her legt das Spiel auf jeden Fall ganz schön zu. Hilfe, 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 Hilfe. Wow. Okay. Okay. Alles klar. Medaille. Medaille. Okay. Okay, okay, okay. Hilfe! Uhuhuhu. Alles klar. Nicht gut. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nur, dass ich gleich tot bin. Okay. Normale Geschwindigkeit. Wie bei uns ist, was ich sehe, ein Schatten. Phase 1 Ende. Ja. Offene Formation. Los! Hm. Welcome! Slippi, was ist? Die Analyse. Moment noch. Will hier gerade basteln. Analyse ist fertig. Ich zeige sie an. Wow, wir sind gleich tot Und jetzt haben wir voll die Damage gemacht Okay, okay, okay Okay, ein bisschen wegfliegen, damit wir ein bisschen Anlauf haben gleich Mach auf, mach auf, mach auf Ach, fuck you Halsche Seite Okay Ach, leck mich Er macht immer die Seite auf, auf die ich gerade nicht ziele Ich bin aber eh mit zwei Schüssen tot gleich Das kannst du eh abhaken Ich sitze hier auch schon wieder so dämlich, damit ich überhaupt in die Richtung von dem Viech zielen kann Das ist voll beschissen Ich kann dieses Spiels unfassbar ungeeignet für Let's Play Warum öffnest du nichts? Ja, geil Triff mich doch gleich doppelt Wo bist du? Keine Ahnung, wo du bist Aber ich brauche Leben Okay Weg Weg Okay, 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 okay Jetzt aber Fuck Ich wollte eine Bombe draufwerfen Dann ist jedes Mal irgendwas dazwischen gekommen Ich werde ihm niemals schaden zufügen können Okay Okay Ich habe jetzt noch viel zu viel Damage gekriegt Aber eins von seinen drei Dingern schon mal weg Dann gebe ich mir das da oben Und analysieren Damage gemacht Reicht schon Wieder kurz weg Wieder gucken, wo er ist Okay Okay, da ist wieder Leben aufgetaucht Yep Und Okay Sehr schön Nein Nein Dreh dich Okay Hälfte weg Was jetzt Was jetzt Ich bin Ich bin Ich bin Jäger Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ja, um. Okay, ich hab irgendwo was lebensmäßig spawnen hören. Ich weiß noch nicht wo. Das ist kein Leben gewesen, das ist ein weiterer Schuss gewesen. Wer braucht denn sowas? Ich hab doch viel draufgeballert, ey. Ein ganz dickes Problem jetzt. Einfach draufschießen. Beim nächsten Gegentreffer sind wir down. Er braucht nicht mehr viel, aber wir auch nicht. Ich glaub, das werden wir nicht schaffen. Das ist ein kleines Problemchen. Ich hoffe einfach, dass er schneller stirbt jetzt hier, ja? Draufhalten! Yes! Nicht heute, Freundchen! Wir haben es eilig! Ah, du bist ja auch, Fox. Fuck you. Wer denn irgendwie kommt? Was für abgefuckte Missionen das sind, ey. Vor allem, so wie ich hier spielen muss, ist das total bescheuert. Oh, die haben fast keinen Schaden gekriegt. Warum? Wollen die mir helfen? Die sind die unschützesten Teamkameraden, die ich hier kenne. Können nichts. Können gar nichts. Können wir jetzt? Vanom ist verschwunden, doch wir können Andross auch auf andere Weise finden. Wie denn, General? Die Zeit drängt Fox, kehrt nach Corneria zurück. Alles weitere später. Roger, schon unterwegs. Vielen Dank. Andross schlägt zurück. Andross schlägt zurück. Andross schlägt zurück. Andross schlägt zurück. Fickt euch alle. Meint ihr nicht auch, dass das ein bisschen übertrieben ist hier gerade? Lächerlich. Lächerlich. Ich hatte eben auch mal vier Leben. Die sind plötzlich wieder alle verschwunden bis auf eins. What the fuck, ey? Jürgen, Jürgen, Jürgen. Hallo. Sehr gut Mehr Damage verteilen Okay, das wird jetzt ein bisschen mehr leben hier als eben So, hier sind wir eben verreckt Da sind wir ziemlich schon mal durch Ja, ja, leck mich Okay, da vorne ist das Portal Nutzen wir das, um nach Endros zu kommen, oder was? Nach Venom Für jeden, den wir gerettet haben, bekommen wir hier noch was Die Wahrheit des Turms Fünf Stück haben wir Sechs Sieben Acht Leck mich, ich rette dir gerade den Arsch Und du sagst mir doch dein eigenes Ziel So Hefte haben wir Den auch noch Ich habe nicht das Gefühl, als wenn Star Wolf nochmal kommen wird, oder? Okay, 21 22 21 Ich habe die ganze Zeit Warnsignale gehört Keine Ahnung, was sie bedeuten Ich habe die 30 nicht geschafft Alles klar, Pepper Nein, diese Gorilla finde ich Oh ne, Mobiler Start So das Gigantina Wir raten auf die roten Punkte schießen Die Panzerung ist zu dick Die Laserbrenner Suche eine Schöpfung Hm Ich glaube ich habe einen Schwachpunkt gefunden Das große rote Kräuter in seinem Arsch Würde ich mal als Schwachpunkt bezeichnen Alles klar Warum Habe ich nicht gesagt, dass du das werden sollst Oh oh Shit So Die Bomben nehme ich auch gerne mit Ich habe mich nicht gesagt, dass du das Okay. Okay. Okay, das ist ein Blümhammer. B? Hilfe! Oh shit! Mit einem Schlag, die hilft uns das Lebensweg. Wer das nochmal macht, sind wir down. Macht er aber nicht. Jetzt machen wir ihn down. Ich dachte, wir hitten es. Ich habe doch keine Lebenserzeige mehr. Oh fuck. Ich muss da drauf landen? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Boah, alter Vater. Na, klasse. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein. Dann aber wahrscheinlich wirklich der letzte Party. Bis dann. Auf Wiedersehen.